Einen wunderschönen guten Morgen und seid gegrüßt zu Märkte und Trends am Morgen. Wir haben für euch die folgenden Themen rausgesucht. Nvidia, Supermicrocomputer, Salesforce und die CrowdStrike. Aber ganz kurz vorweg, liebe Zuschauer, falls euch unsere Videos, Handelsideen und Analysen soweit gefallen, erlasst doch ein Like da, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und Kommentare sind gern gesehen. Kommentiert hier die Werte der aktuellen Sendung und diskutiert diese mit uns. Ich begrüße bei mir im Studio das Experten-Team von Märkte und Trends, Andreas und Samir. Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen, Boris. Bonjour. Wir fangen, wie auch nicht anders gedacht, mit der Nvidia an. Hat Zahlen gebracht? Wie sind diese ausgefallen und wie hat der Markt reagiert? Zahlen sind sensationell gut ausgefallen, kann man sagen. Die Erwartungen wurden leicht übertroffen. Auch was die Prognose angeht, wurden die Erwartungen leicht übertroffen. Aber wie immer so, das ist, wenn ein Unternehmen natürlich so hervorragend performt, wie das Nvidia tut, dann findet man irgendwo mal ein Haar in der Suppe. Die Erwartungshaltung ist halt extrem hoch gewesen. Das Haar in der Suppe ist so ein bisschen der neue Chip, also der Blackwell. Blackwell-Chip, der rechtzeitig an den Markt gegeben werden soll und der natürlich auch von den Margen her einigermaßen den bisherigen Chip, nämlich den Grace-Chip ersetzen soll. Das Ganze funktioniert natürlich schon, aber die Frage ist, ob der Markt das natürlich auch noch so aufnimmt von den Wachstumsraten, wie wir das jetzt in der Vergangenheit gesehen haben. Und da sind halt ein paar Zweifel aufgekommen, dass das so sein könnte. Ob die Zweifel berechtigt sind, mag ich wieder zu bezweifeln, weil wir gesehen haben, dass Nvidia durchaus in der Lage ist, das Ganze weiterhin entsprechend zu performen. Und wir sehen, dass die Aktie jetzt, glaube ich, vorbörsig insgesamt mit dem gestrigen Drawdown von 6,5%, heute, glaube ich, nochmal 5% nach unten geht, also vorbörsig so rund 10% im Minus liegt. Das ist eigentlich für Nvidia-Verhältnisse, wenn man es genau nimmt, nicht viel, weil wir haben es ja schon beim letzten Mal gesehen und gestern auch gesagt, dass ohne den Aktiensplitt, den man angekündigt hätte, die Aktie wahrscheinlich schon beim letzten Mal ein bisschen gelitten hätte. Und das konnte man dann eben noch umgehen. Das wird jetzt nicht der Fall sein. Allerdings hat Nvidia auch eine Fortsetzung von Aktienrückkäufen beschlossen. Das wird man auch im nächsten Quartal machen. Ich denke also, was wir ja auch schon gesagt haben, so diese zwei Schienen zu fahren, dass man zum Beispiel sagt, man geht bei einem Rücklauf, wie wir ihn jetzt haben, mit einem Call rein, das ist durchaus interessant. Wir haben ja hier auch uns gestern mit zwei Zertifikaten da schon beschäftigt. Der Put ist natürlich jetzt für die, die ihn genommen haben, sicherlich eine gute Geschichte. Wir haben natürlich jetzt den Call im Blick, hier ist er auch eingeblendet, mit der Kennnummer ME7635, also den, den wir schon gestern euch gezeigt haben, mit einem Hebel von 1,8 und K.O.-Schwelle 58,94 US-Dollar. Also natürlich muss man immer so ein bisschen antizyklisch denken und dann sagen, okay, wenn jetzt alle rausgehen, das ist jetzt ja hervorragend, oder nicht alle, aber ein Großteil von denen, die gestern in New York in der 6th Avenue, die Watchparty veranstaltet haben, gesagt haben, oh, das haben wir aber nicht erwartet, ist das für uns eigentlich ein Zeichen, jetzt schon mal aufmerksam zu werden und sich mögliche Marken zum Einstieg zu suchen. Samir, gestern in unserem Livestream haben wir uns ja auch mit unseren Zuschauern ein bisschen darüber unterhalten. Es gab rege Diskussionen über das Thema Nvidia und da gab es ja auch einen Kommentar, dass die Zahlen und der Ausblick gigantisch ausfallen müssten, damit es eine gute Reaktion nach oben geht. Ihr habt es ähnlich gesehen, habt aber auch gesagt, ihr macht erst mal nichts, ihr haltet die Füße still, wart ein bisschen um überlegen, habt ihr gesagt, ihr seid ja davor schon rausgegangen, auch vor den Zahlen, mit plus, ich glaube, 52 oder 54 Prozent ist das gewesen. Ihr habt ein bisschen Kritik dafür bekommen, warum macht ihr das jetzt vor den Zahlen. Aber ihr habt ja auch schon im Hinterkopf immer gehabt, es muss ja jetzt wirklich wieder mal zu toppen sein, wie es Andreas hat auch gesagt gehabt, das war so ein Haar in der Suppe, was dann halt schon auch wieder eure Position dann ein bisschen bestätigt hätte. Genau, es gab ja viele Zusammenhänge, wir haben ab von, fangen wir erst mal so ein bisschen das Pferd von hinten an aufzusatteln, zum einen auch von hinten Burg Research, die ja praktisch die Bombe vorzeitig hochgehen lassen haben, was Supermicrocomputer betrifft, das hat auch so ein bisschen die Auswirkungen im gestrigen Handelsverlauf auf die Nvidia, leichte Spuren hinterlassen. Klar, die Zahlen waren bombastisch gewesen, allerdings haben wir auch gesehen, dass, also gemessen gegenüber dem Vorjahr, aber gegenüber dem Vorquartal hat man sich da natürlich entsprechend mehr erhofft, dass man da wirklich große, mega starke Wachstumsergebnisse sieht. Man geht davon aus, dass natürlich das ist das, was immer die Börse macht, was die kommenden Quartale betreffen, so ein bisschen unter Vorbehalt nicht mehr diese Dimension erreichen, wie wir sie zuvor gesehen haben, gar keine Frage. Natürlich kann Nvidia jetzt nicht unbegrenztes Wachstum schreiben und das mit extrem hohen Sprüngen. Dennoch bleibt die Nvidia eine der größeren Lieblingsaktien, auch bei den US-amerikanischen Bündnissen. Es gab gestern das erste Mal große, ja, sogenannte Watchpartys bei Nvidia. Man hat sich also in Bars getroffen und hat das Ganze auch dann in Echtzeit mitverfolgt und der Jubel war dann auch groß gewesen, aber trotzdem ist die Aktie dann erstmal ein bisschen leicht unter Druck gekommen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen da jetzt erstmal nichts. Wir können eigentlich nur gewinnen, zum einen, wenn die Zahlen gut ausfallen, was sie auch waren. Also die Zahlen waren wirklich ordentlich gewesen. Es gab auch durchaus zu dem weiteren Chip, was Blackwell, also die B-Variante, die verschoben worden ist, dass man das dann im kommenden Jahr stärker dann wieder, also auch vertreiben kann und dass man auch mit den Lieferzeiten da besser hinterherkommt. Die Großbestellungen bleiben nach wie vor weiterhin, ich sage mal, mit hoher Nachfrage, was Meta-Plattforms als größten Kunden betrifft. Wir haben aber auch entsprechend Supermicrocomputer als drittgrößten Kunden. Allerdings haben wir gesehen, dass da die Zahlen so ein bisschen, ja, mit Vorsicht zu genießen sind. Und ja, und die Meldung gestern, die hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass es da halt enorm Druck auf die Aktie gab. 27 Prozent im Minus. Und bei der Nvidia selbst, noch einmal, wir haben jetzt gesagt, ja, wir können nur gewinnen. Die Zahlen sind raus. Jetzt haben wir, ich glaube vorbürstig sind wir, Andreas, mit, wir waren 7 Prozent im Minus in der Spitze, habe ich gesehen. Jetzt haben wir nochmal 5 drauf. Das sind nochmal 5. Nee, 13 jetzt, oder? Ja, das sind insgesamt 11 ungefähr. Also 11 vorbürstig mit den, ich sage mal, Euro-Kurs-Indikationen. Und wir haben letztendlich alles richtig gemacht. Ich habe auch gestern bei, oder die letzten Tage hast du es ja gesagt, hier auf YouTube gab es dann auch einen Kommentar, so nach dem Motto, warum sollte man vor den Zahlen aussteigen? Wir haben eine gute Entscheidung getroffen. Wir haben 52 Prozent plus gemacht. Jetzt haben wir den Vorteil, dass wir wieder gegebenenfalls günstig mit reinkommen. Wir würden aber jetzt uns den Wert heute im Laufe des Tages anschauen, auch in unserem Sonder-Livestream. 14, 15. Genau um 14.15 Uhr laden wir euch alle recht herzlich ein auf unseren eigenen YouTube-Kanal. Das kann ich dann auch hier mit einblenden. Wer Lust hat, da gibt es das Bruttoinlandsprodukt, Anträge Arbeitslosenzahlen und wir haben natürlich auch Nvidia und Supermicrocomputer, wo wir dann entsprechend die vorbürstigen Indikationen uns anschauen. Und dann werden wir, Boris, schauen, wann wir kaufen werden. Und das ist jetzt der Vorteil, den wir haben. Wir kommen günstiger jetzt eventuell rein und haben entscheidend bzw. haben jetzt die Möglichkeit, auch Anlagestrategien so weit zu entwickeln, wie wir uns positionieren. Und Nvidia bleibt eine Top-Aktie, gar keine Frage. Und da werden wir mit Sicherheit auch einen vernünftigen Einstieg oder einen Dollar-Cost-Average-Effekt nutzen, um einfach uns hier Positionen so langsam aber sicher wieder aufzubauen. Liebe Zuschauer, habt ihr damit gerechnet, dass das so ausfällt? Wie seht ihr denn die Nvidia und ab wann würdet ihr denn wieder Einstiege sehen? Lasst es uns nun mal hier unter dem Video in den Kommentaren wissen. Dann kommen wir aber zu einem weiteren Thema, was Samir auch gerade schon angesprochen hatte, Andreas, und zwar Supermicrocomputer. Wir konnten eigentlich schon so ab 15.30 Uhr eigentlich der Kerze nach unten hinterher schauen. Ich habe mit Samir gestern dann im Büro drüben gesessen und wir haben gesagt, jetzt kannst du einfach so den Prozentzahlen im Minutentakt eigentlich nach unten weiter anschauen. Hindenburg Research hatte da den Kunden, den Kurssturz ausgelöst, in der Spitze mit fast 27 Prozent, jetzt mit um die 19 Prozent aus dem Handel raus. Kann der Fall noch weitergehen? Ja, wenn es Zweifel an bestimmten Pflichtveröffentlichungen, wie zum Beispiel Bilanzierungen gibt, also an der Seriosität von Bilanzen zum Beispiel, dann ja, das haben wir ja sehr oft in der Geschichte gesehen. Manchmal muss man auch noch ein bisschen länger rechnen, bis man seine Bilanzen fertig hat. Richtig, das kommt auch noch dazu. Aber was ich doch sehr interessant finde, ist, das ist ja nicht das erste Mal bei dem Unternehmen, sondern wir hatten das schon 2018 und 2020 und übrigens auch von den besagten Researchers, die jetzt dafür gesorgt haben, wir den Namen jetzt gar nicht unbedingt aussprechen, die dafür gesorgt haben, dass jetzt dieser Fall wieder stattfindet. Also diese Problematik ist schon etwas länger, die ist auch bekannt, ist also keine neue, hat aber eben dazu geführt, dass die Blase, muss man jetzt im Nachhinein sagen, hätte man jetzt natürlich noch nicht im März oder April sagen können, dass es jetzt so eine große Blase wird, aber jetzt sieht man ja im Nachhinein, dass es tatsächlich eine Blase war. Eine Aktie, die sich innerhalb von sechs Wochen vervierfacht, das bringt immer spezielle Schwierigkeiten mit sich, vor allem, weil es ja keine kleine Aktie ist, das ist ja kein Pennystock, war eine Aktie, die vorher 300 Dollar gekostet hat. Und das zieht natürlich viele Spekulanten an und so werden natürlich auch viele jetzt wieder rausgeschwappt. Das heißt, die Aktie wird möglicherweise auch wieder dahin zurücklaufen, wo sie angefangen hat zu laufen. Das war ja der Bereich von 300 Dollar ungefähr. Und so ist ziemlich offensichtlich, dass das wohl wirklich in diese Richtung läuft, weil natürlich jetzt auch viele von den schwachen Händen weiter rausgeschwappt werden, aber vielleicht auch irgendwie welche, die bisher noch an der Sache festgehalten haben, gesagt haben, naja, ist ein Rückgang und so weiter und dann muss man das nur aussitzen. Also mit aussitzen ist für alle die, die so bei 500 bis 600, 800 oder 900 Dollar reingegangen sind, wahrscheinlich nicht viel gewonnen. Und es gibt ja immer den guten Spruch, dann lieber ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken. Aber es gibt ja auch noch die Alternativmöglichkeit, wenn man sagt, okay, das ist mir alles so ein bisschen zu heiß, was jetzt Nvidia betrifft. Ich weiß nicht den Einstieg. Dann habe ich noch die Super Micro, also sprich Tech-lastige Unternehmen. Im Übrigen werden wir dann vielleicht auch heute in dem Sonderleistung vielleicht mal auf die Penduoduo eingehen, die ja ebenfalls ordentlich Prügel kassiert hat. Aber das sind genau die Aktien, wo wir dann hingehen, wo wir sagen, okay, da gibt es wieder kräftige Abschläge. Wir wollen ja nicht, wie gesagt, zum tiefsten Kurs und zu den höchsten Kursen raus. Da sind wir einer der wenigen, die das leider nicht schaffen. Viele andere schaffen das eigentlich recht gut. Und da werden wir uns die Penduoduo anschauen, auch auf jeden Fall super interessant. Und dann, genau, gibt es ja die Möglichkeit, beispielsweise, und das ist wirklich eine vernünftige Strategie, dass man sagt, ich setze einfach auf die Nasdaq 100. Und immer, wenn wir da deutliche Rückschläge sehen, wir waren ja noch bei der Nasdaq 100 bei 19.000 knapp 900 Punkte, also knapp bei 20.000. Wir sind jetzt in der Zwischenzeit bei der Nasdaq 100, wenn ich das gut in Erinnerung habe, knapp bei 19.300 Punkte. Da nochmal ebenfalls so ein bisschen die Strategie eines Ansparplans. Also im Bereich Trading ist man sagt, okay, was weiß ich, alle zwei, drei Prozent werde ich mich da ein bisschen eindecken. Die Wertpapier-Kenntnummer UK1TQH, Faktor 3, relativ konservativ. Ihr erinnert euch, wir waren auch mal im Minus gewesen mit dem 5. August. Jetzt haben wir auch durch den Dollar-Cost-Average-Effekt, also durch das Akkumulieren, einen guten Durchschnittskurs, wo wir inzwischen auch mal mit 7, 8 Prozent im Plus sind. Jetzt sind wir im 4 Prozent. Und da werden wir auch an dieser Strategie weiter beibehalten. Mal schauen, wir haben ja noch Cash frei. Wollen aber natürlich jetzt das Cash nicht unbedingt verstärkt. Nur in Einzelwerten, eventuell bei unruhigem Fahrwasser auch die Strategie zu nutzen, eher vielleicht mal auf Indizes zu setzen. Wir haben den CAC 40 aufgenommen. Und der läuft ja auch wieder ins Plus mit dem Faktor-Zertifikat. Das können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz sehen. Mal schauen, der ist jetzt auch wieder ein Stückchen nach unten gegangen. Das ist jetzt momentan bei minus 2 Prozent. Das dürfte jetzt vom Zertifikat her noch nicht geupdatet sein. Ja, schauen wir mal. Gut, das können wir dann heute Mittag nochmal besprechen. Auf jeden Fall haben wir da auch eine Dollar-Cost-Average-Strategie, wo wir dann sagen, okay, wenn es nicht Einzelaktien sind, dann lieber auf ruhiges Fahrwasser setzen und zufrieden sein mit der gesamten Marktentwicklung und nicht unbedingt nur auf Einzelwerte. Dann haben wir noch zwei Werte, die wir dann jetzt versuchen, schnell durchzuziehen. Das ist, glaube ich, auch kurz, was nur zu gesagt. Salesforce hat Zahlen gebracht. Der Markt hat positiv reagiert. Crowdstrike hat Zahlen gebracht, ist ins Minusgrutsch. Andreas, gib uns dazu nochmal noch ein kurzes Update jetzt zum Ende der Sendung hin. Ja, Salesforce hat das Teil der Tränen so ein bisschen durchschritten. Die Aktie hat ja auch in den letzten zwölf Monaten nicht gerade das beste Performance hingelegt. Jetzt mit dem aktuellen Report. Die Erwartungen waren ja schon nicht mehr sehr hoch. Und insofern konnte die Aktie jetzt mit dem aktuellen Report nachbörsig zulegen. Man hat vor allem den Ausblick ein bisschen angehoben. Und das war nicht erwartet worden vom Markt, deshalb auch eine positive Reaktion. Also, was ich auch gestern schon zu Crowdstrike gesagt habe, wenn die Erwartungen natürlich relativ niedrig sind, dann, und das über eine längere Zeit, dann hat die Aktie natürlich eine Chance, nach oben zu gehen, wenn dann ein bisschen positivere Nachrichten drin sind. Bei Crowdstrike war das übrigens gestern nachbörsig auch so, dass die Aktie erstmal, glaube ich, 2-3% im Plus gelegen hat, weil eigentlich von der Guidance nicht großartig was abgenommen worden ist, was man eigentlich erwartet hätte. Aber wahrscheinlich waren einige Äußerungen von dem CEO halt nicht so, wie es der Markt gewollt hat, vor allem was die Marge angeht bei dem Unternehmen, die Gewinnmarge. Und deshalb haben wir jetzt dann auch ein Minus von 6% am frühen Morgen, was den europäischen Markt angeht zumindest. Wir werden mal sehen, ob das heute nachhört. Wobei der Crowdstrike? Vorbörsig 6%? War da gestern nachbörsig, habe ich schon mal geschaut, da war es 2-3% im Plus. Ja, habe ich ja gesagt. Also, das war gestern möglicherweise noch eine andere Reaktion aufgrund der Tatsache, dass man eben nur die Zahlen hat. Und dann gab es eben natürlich auch diesen sogenannten Telefoncall nachbörsig und da war es wahrscheinlich nicht mehr so dolle, wie man sich das vorgestellt hat. Aber wie gesagt, die Gewinnmarge ist halt immer noch super, aber eben nicht so, wie sich das wahrscheinlich wieder auftragen. Dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angekommen. Vielen Dank an euch beide und vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Es geht aber heute noch weiter. Und zwar um 14.15 Uhr werden wir bei uns auf unserem hauseigenen YouTube-Kanal bei Märkte und Trends einen Livestream starten. Und zwar Märkte und Trends Teil 2. Dort wird es nochmal um die Nvidia gehen, wie der Markt darauf reagiert. Dann Supermicrocomputer, ob das jetzt wirklich schon Einstiege sind oder jetzt sagen Finger weg. Bitcoin werden wir uns anschauen. Samir hat es eben gerade noch erwähnt. Pinduoduo. Dann werden noch einige Wirtschaftsdaten kommen, wie BIP und die Anträge der Arbeitslosenhilfe. Die werden wir dann während des Livestreams halt auch mit live kommentieren. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall mit dabei zu sein. Heute um 14.15 Uhr bei Märkte und Trends im Livestream auf YouTube. Das war es eigentlich von unserer Seite. Ihr habt natürlich gute Themen noch für 14.15 Uhr vorbereitet. Ihr werdet ein bisschen tiefer auf die Wertheit mit eingehen. Vielen, vielen Dank an euch und an euch fürs Zuschauen. Bis später. 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 Bis später.